Also ich krieg hier irgendwie so einen Öllappen, um mir irgendwie den Schmutz aus dem Gesicht zu reiben. Und vielleicht ist auch die Bartfarbe. Ja, komm. Bartfarbe. Bart tragen ist ein Talent. Wie Geigespiel, ne? Oder die Brustgröße bei Frauen. Wenn von Natur aus nix da ist, ist nix da. Und beim Papa ist einiges da. So, geht's jetzt sauber? Geht's jetzt?